Musik Was bisher geschah Hör mir zu, schwarzer Tod. Alles, was ich will, ist Paris. Wie ist dein Plan? Um Sinclair mache ich mir die geringsten Sorgen. Er und sein Partner werden alles versuchen, um das Schmuckstück unserer Armee zu befreien. Du meinst die Chinesen? Ja, Schau. Ich weiß, dass er bereits nach ihr sucht. Und damit läuft er mir ins offene Messer. Lebrac mein Name. Maurice Lebrac. Willkommen in Paris. Mein Chef hat Sie unterrichtet? Einigermaßen. Es geht um eine Frau. Ihr Name ist Schau. Sie wurde von einer Gruppe von Kleinwüchsigen entführt und befindet sich nun in einer Art geistiger Abhängigkeit von ihnen. Wir haben in der vergangenen Nacht einen jungen Mann aufgegabelt, der von Zwergen gesprochen hat. Wie genau haben Sie die Zwerge gesehen? Ziemlich genau. Sie rannten ja geradewegs auf mich zu. Waren es nur männliche Zwerge? Nein. Frauen waren auch dabei. Hatte eine von ihnen vielleicht asiatische Gesichtszüge? Ja. Eine Chinesin war darunter. Du hast Besuch, Caroline. Besuch? Sir Paul hat mich zu dir geschickt. Er sagte, du wolltest John etwas Wichtiges sagen. Belfigur bastelt an einer Maschine, mit der er Menschen noch weiter verkleinern kann. Und jetzt hat er sich ein Labor in Paris eingerichtet, in dem er schreckliche Experimente durchführt. Wo in Paris? Unter dem Louvre. Ein Labor? Unter dem Louvre? Ich weiß ja, dass wir viel von Ihnen verlangen. Also gut. Ich werde sehen, was ich machen kann. Danke, Maurice. Bedanken Sie sich nicht zu früh. Die Keller des Louvre sind gigantisch. Wir könnten noch stundenlang weitersuchen und hätten doch so gut wie nichts gesehen. Ich möchte gerne noch eine letzte Runde drehen. Wofür? Sehen Sie es doch endlich ein. Ihre Spur endet hier in einer Sack... Runter, John! Wenn ich mir die Tische ansehe, sind wir nicht einmal mehr einen Meter groß. Na toll. Wenigstens sind wir nicht so verschrumpelt wie die anderen Zwerge. Das habt ihr meinem Genie zu verdanken. Ich bin mir sicher, dass du dir jetzt mächtig groß vorkommst, Belfigur. Seid ihr nicht auf der Suche nach einer Frau? Schau! Ja, ich glaube, das war ihr Name. Du verdammtes Schwein! Was hast du mit ihr gemacht? Sie selbst, Chinese. Schau! Nicht, Zuko! Bleib hier! Aber ich muss dir doch helfen! Jetzt weißt du, was ich von dir halte, du Bastard! Belfidors Lachen dröhnte laut durch das unterirdische Labor und klang in meinen Ohren wie ein Siegesgesang des Teufels. Und mit einem Mal wurde mir bewusst, dass wir verloren waren. Und jetzt die Fortsetzung. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte. Und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle. Sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Endlich ist es soweit. Endlich seid ihr in meiner Hand. In deiner Hand, dass ich nicht lache. Du bist doch nichts weiter als ein Handlanger des Schwarzen Todes. Hüte deine Zunge, Geisterjäger. Ich denke gar nicht daran. Du wirst uns nichts tun, du Feigling. Hast du den Verstand verloren, so mit mir zu reden? Dann komm doch. Los, bring mich um. Ja, das traust du dich nicht. Der Schwarze Tod will uns leben und du hast nicht den Mut, dich deinem Befehlshaber zu widersetzen. Deine Impertinenz wird dich noch teuer zu stehen kommen, Sinclair. Ich verspreche dir, dass du mich noch in dieser Stunde auf Knien um Gnade anbetteln wirst. Dein Leid wird meinen Triumph erst vervollkommenen. Was du nicht sagst. Ergreift sie, alle drei. Schnallt sie auf die Tische. Los. Hast mich nicht angemiesen. Nichts, Lugo. Du hast ein Dutzend Pfeile in deinem Körper, bevor du die Bretter auch nur berührst. Ich werde diesen verdammten Bastard töten. Ich verstehe dich ja, aber wir müssen den richtigen Zeitpunkt abwarten. Die Zwerge schleppten uns zu drei Liegen, die sternförmig angeordnet im hinteren Teil des Labors standen und entfernt an OP-Tische erinnerten. Zuerst wurde der bewusstlose Lebrack auf eine der Liegen geschnallt, dann Zuko und schließlich ich. Wir lagen da wie Versuchstiere, die obduziert werden sollten. Ein schrecklicher Verdacht stieg in mir auf. Na, wo bleibt dein loses Mundwerk jetzt? Was hast du vor, Belfigor? Willst du uns foltern? Höre ich da einen Hauch von Angst in deiner Stimme? Vielleicht. Aber wenigstens habe ich noch keinen meiner Gegner so sehr gefürchtet, dass ich ihn erst auf Zwergengröße verkleinern und dann auch noch fesseln musste. Du denkst wohl, ich sei nicht besonders mutig, wie? Der Gedanke ist mir tatsächlich schon gekommen. Das habe ich mir gedacht. Aber du vergisst, dass Mut kein Charakteristikum der Dämonen ist. Sondern? Zum Beispiel Einfallsreichtum. Setz die Maschine in Gang! Ich schaute zur Decke, von der drei große Glaskuppeln genau auf uns zuschwebten. Das Glas war fein geschliffen und stülpte sich passgenau über die Liegen. Ich kam mir vor wie in einem gläsernen Sarg. Plötzlich traten die Zwerge zurück. Ein Schatten verdunkelte die Sicht nach draußen. Es war Belphegor, der sich in der Mitte der Tische aufbaute und seine Arme ausbreitete. Zuerst geschah nichts. Dann züngelten kleine rötliche Blitze um seine Arme. Sein Körper begann in einem bläulich-fluoroszierenden Licht zu erstrahlen. Gleichzeitig legte sich ein unangenehmer Druck über meinen Körper, der immer stärker wurde. Zuerst hielt ich dem Schmerz stand. Doch dann hatte ich das Gefühl, als würden meine Glieder zusammengepresst. Der Druck gipfelte in einem entsetzlichen Schmerz. Und während ich mit aller Kraft einen Schrei zu unterdrücken suchte, wuchs die Kuppel über mir auf das Doppelte, nein auf das Dreifache an. Und dann begriff ich. Nicht meine Umgebung wuchs, ich schrumpfte. Ja, ich wurde immer kleiner. Und als das Dach der gläsernen Kuppel weiter entfernt schien, als die Decke der Westminster Abbey, wusste ich, dass ich mich aus eigener Kraft nie würde befreien können. Aaaaaah! Donnerstag, 21.25 Uhr, Chateau de Montagne, Frankreich. Was ist denn, Chérie? Schmeckt's dir nicht? Hallo, Professor! Ja? Was? Ach, das ist doch, 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 ausgezeichnet. Sag mal, auf welchem Planeten befindest du dich eigentlich? Hm? Na, worüber denkst du die ganze Zeit nach? Äh, na ja, ehrlich gesagt, geht mir die Sache mit John nicht aus dem Kopf. Wegen Belfi Gore? Mhm. Das Ganze riecht nach Ärger. Und ich sitze hier rum und kann nichts tun. Wollte Jane Collins nicht nochmal anrufen, wenn sie in Paris ist? Vielleicht ist sie da. Hey! Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du für mich jemals so aufgesprungen bist. Ja? Professor Zamora? Jane Collins hier. Oh, Miss Collins, Sie sind in Paris? Ja, und ich befürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Erzählen Sie. Ich bin hier im Hilton. Am Empfang wartete eine fingierte Nachricht von John auf mich, die mich nach London zurücklocken sollte. Aber John ist doch noch in Paris. Ich denke schon. Ausgecheckt hat er nicht. Wann haben Sie ihn denn das letzte Mal gesprochen? Vor meinem Abflug. Er sagte mir, er wolle mit Zuko und dem französischen Inspektor in den Louvre. Und? Keine Ahnung. Der Louvre würde einer Privatperson wie mir nie Auskunft über eine derartige Polizeiaktion geben. Ihnen nicht, aber mir. Ich rufe Sie in zehn Minuten zurück. Verstanden. Bis gleich. Professor Zamora hatte gute Beziehungen zur Pariser Polizei. Es kostete dem Parapsychologen nur einige Anrufe, um herauszufinden, wie der Stand der Dinge im Louvre war. Und was er erfuhr, gefiel ihm ganz und gar nicht. Ja? Mrs. Collins? Ich habe mit dem Wachpersonal im Louvre gesprochen. Und? John Zuko und Inspektor Lebrac sind um kurz nach sechs im Museum eingetroffen, um den Keller zu erforschen. Haben Sie etwas gefunden? Das ist nicht bekannt. Die Keller werden seit einer halben Stunde nach den dreien durchsucht. Sie sind also verschwunden. Na ja, ich glaube kaum, dass Sie Verstecken spielen. Verdammt. Bitte warten Sie auf mich im Hotel. In ungefähr zwei Stunden bin ich bei Ihnen. Zwei Stunden. Dann bis gleich. Danke, Professor. Was ist, Juri? Du willst also Mrs. Collins besuchen? Nicole, Liebling. Du bist doch wohl nicht eifersüchtig auf die Geliebte von John Sinclair. Nein. Ich frage mich nur, wie du innerhalb von zwei Stunden von hier nach Paris kommen willst. Ganz einfach. Wir nehmen einen Hubschrauber. Einen Hubschrauber? Natürlich. Was denkst du denn? Im Wagen ist doch kein Platz für die ganzen Koffer. Welche Koffer? Na, für die Kleider, die du aus Paris mitbringen wirst. Ach, wir nehmen den Hubschrauber also nur meinetwegen? Genau, Juri. Nur deinetwegen. Nach dem Gespräch mit Professor Zamora fühlte sich Jane ein wenig erleichtert. Seine Unterstützung war ihr wichtiger als die der gesamten Pariser Polizei. Trotzdem wollte sie die kommenden zwei Stunden nicht nutzlos im Hotel warten. Vielleicht würde ihr der Vorgesetzte von Le Brac etwas erzählen können. Sie verließ ihr Zimmer, ging zu einem der zahlreichen Lifts und drückte den Knopf zur Tiefgarage, in der ihr Leihwagen stand. Der Mahagoni-getäfelte Aufzug glitt nach unten. Jane blickte auf die Anzeigetafel und stellte erstaunt fest, dass sie nicht funktionierte. Und sowas im Hilton lächelte sie in sich hinein. Sekunden verstrichen und die Detektivin überlegte sich schon die ersten Fragen an den Polizeichef, als ihre Gedanken je von einem heftigen Ruck unterbrochen wurden. Der Aufzug stand. Die Tür blieb verschlossen. Mit einem großen Schritt erreichte Jane die Knopftafel und drückte mehrmals den Notruf. Ohne sichtbaren Erfolg. Dann komm schon, verdammte Kiste. Plötzlich war das Licht aus. Völlige Dunkelheit umgab die Detektivin nun, die instinktiv ihre Waffe zog und jeden Muskel in ihrem Körper spannte. Dann verharrte sie und lauschte in die Stille. Sie hatte ein Geräusch gehört. Etwas auf dem Dach. Jane blickte nach oben, doch sie konnte nichts erkennen. Da, schon wieder. Als würden sich Ratten auf dem Lift tummeln. Doch Ratten blieben normalerweise am Boden des Schachtes. Und sie lösten auch nicht die Schrauben aus dem Notausstieg. Oh, verdammt. Jane wich zurück. Mit einem Mal wurde ihr klar, dass Zwerge hinter ihr her waren. Sie musste hier raus. Hektisch tastete sie das Innere des Fahrstuhls ab, bis sie die Tür der Kabine fand. Sie steckte die Waffe wieder ein, holte eine Art Dietrich aus ihrer Tasche und schob ihn blind in den Türschlitz. Es war ein Wettlauf mit der Zeit. Fieberhaft versuchte sie, den Mechanismus, der die Tür festhielt, zu lösen. Auf einmal spürte sie eine klebrige Flüssigkeit über ihre Finger ran. Sie musste sich irgendwo die Hand aufgerissen haben, doch den Schmerz ignorierte sie. Dann fiel etwas Licht in die kleine Kabine. Die Zwerge hatten die Schrauben gelöst und drückten nun die Klappe Zoll für Zoll nach oben. Panikartig starb Jane mit ihrem Werkzeug in den Schlitz, bis sie endlich das Erlösende klicken hörte. Mit aller Macht drückte sie die Schiebetür auf, sah, dass sie zwischen zwei Stockwerken festsaß und nur ein schmaler, vielleicht 30 Zentimeter hoher Spalt am Boden in die Tiefgarage führte. Sie warf sich auf den Bauch, robbte die Beine voran durch den Zwischenraum. Ein winziger Pfeil hatte sich dicht neben ihrer Wange in den Teppich gebohrt. Jane schob sich immer weiter nach draußen, bis sie schließlich aus der Öffnung fiel. Die Detektivin stürzte hart auf den Beton, rollte sich ab und blieb schwer atmend im Schutz eines parkenden Wagens hocken. Wieder zog sie ihre Astra und blickte vorsichtig über die Motorhaube zum Aufzug. Keine Spur von den Zwergen. Ob sie die Kabine schon verlassen hatten? Verdammt ausgerechnet, jetzt! Der Wagen kam aus der Einfahrt, rollte in eine Kurve und fuhr direkt auf den offenen Lift zu. Fahr weiter, los, fahr weiter! Doch der Mann hinter dem Steuer fuhr nicht weiter. Er hielt an, stieg aus und näherte sich langsam der Aufzugstür. Jane befand sich in einer Zwickmühle. Wenn sie den Mann warnte, gab sie ihre Deckung preis. Hallo? Ach, verdammt! Ist da jemand drin? Gehen Sie weg da! Was? Los, hauen Sie ab! Das ist meine... Der Mann sackte zu Boden. Gleichzeitig sprangen die Zwerge aus der Öffnung, hüpften insektenartig über den Mann und hetzten auf Jane zu, die ihre Astra hob und versuchte, auf die Wiesel flinken Wesen anzulegen. Sie hatte einen der Zwerge an der Schulter getroffen. Der andere schreckte sichtlich überrascht zurück. Keine Bewegung, Kleiner! Oder du fängst dir auch eine Kugel ein. Versuch's doch! Der Zwerg sprang blitzartig zur Seite, verschwand unter einem Wagen und kroch davon. Jane ließ ihn und trat, die Waffe im Anschlag haltend, auf den angeschossenen Winzling zu. Der Zwerg saß keuchend auf dem Boden, hielt seine blutende Schulter und starrte die Detektivin hasserfüllt an. Komm, lass mich mal sehen. Hey, ich will dir doch nur helfen! Hilf dir lieber selbst, du Miststück! Hast du ruhig mit der Batserei auf! Ich will doch nur mit dir reden! Jane schaute zur Einfahrt. Gleich mehrere Polizeiwagen rollten in die Garage und geradewegs auf sie zu. Ganz ruhig, Madame. Lassen Sie die Waffe fallen und legen Sie die Hände hinter Ihren Kopf. Na prima. Das hat mir gerade noch gefehlt. Als die Koppel wieder nach oben schwebte, hatte ich den Eindruck, über mir würde ein ganzes Gebäude in den Himmel gerissen. Keuchend kam ich auf die Beine und blickte über die Bahre, deren Oberfläche mir nun größer als ein Fußballfeld erschien. Ich war zu einem Mikroman geworden. Vielleicht so groß wie ein Streichholz. Belfigur kam. Er schelte sich aus der Dunkelheit wie ein Titan. Ich tastete nach meinen Waffen. Die Beretter, der silberne Dolch, sogar mein Kreuz trug ich noch bei mir. Aber was sollte es mir in dieser Größe nützen? Der Dämon baute sich vor mir auf. Noch nie zuvor hatte ich etwas so Gewaltiges gesehen. Und mir war klar, dass ich von meinen Gegnern keine Gnade zu erwarten hatte. Wie ist es, Sinclair? Fühlst du dich gut als Würmling? Du kannst mich quälen, mich töten. Aber das Gute wird am Ende immer siegen. Hahaha! Wie tapfer! Selbst in dieser Situation glaubst du immer noch an den Sieg des Lichts. Aber nicht mehr lange, Sinclair! Nicht mehr lange! Belfigur hielt seine riesige Hand über mich und spreizte die Finger. Ich atmete schneller. Die nackte Angst stieg in mir auf. Wenn der Dämon die Hand jetzt fallen ließ, würde ich zerquetscht werden. Stattdessen ballte er sie zur Faust und krümmte seinen Zeigefinger. Keine Sorgen, Sinclair! Es wird noch etwas dauern, bis ich dich von deinem jämmerlichen Dasein erlöse! Der gigantische Finger warf mich zu Boden. Der Figur setzte nach und stieß mich weiter voran. Hart wurde ich herumgerollt, näherte mich immer weiter dem Rand der Barak. Wie ein Spielball wurde ich herumgewirbelt. Und dann ließ er mich endlich in Ruhe. Ich hob meinen Kopf und schaute in eine gähnende Leere. Pass auf, dass du dich vom Tisch fällst, Sinclair! Wie abartig muss man eigentlich veranlagt sein, um sich am Leid wehrloser so zu ergötzen! Leid? Wir haben doch noch nicht mal angefangen! Belfigur packte mich mit erstaunlicher Präzision am Brustkorb und hob mich hoch. Ich hatte den Eindruck, hunderte von Metern über dem Boden zu baumeln. Der Dämon trug mich zu dem großen Labortisch, auf dem zwei Erlenmeierkolben standen. Dein neues Zuhause, Geisterjäger! Nicht! Na, gut gelandet? Hm, warum bist du plötzlich so wortkart? Fehlt dir vielleicht ein bisschen Gesellschaft? Irgendwann wirst du für das alles hier zahlen, Belfigur! Vielleicht, aber nicht heute! Schau, hol den Chinesen! Mit Vergnügen! Die Zwergin verschwand für einen Moment und kehrte mit Soko zwischen den Fingern zurück. Sie hob ihn über die Öffnung des zweiten Kolbens und ließ ihn fallen. Blitzschnell spreizte mein Freund Arme und Beine und konnte sich so mit seinen winzigen Händen am Glasrand festhalten. Ein echter Kämpfer! Nein, wie köstlich! Schau, zeig ihm doch einfach, wer hier der Stärkere ist! Mit ihren Fingernägeln bog die Chinesin Sukos Finger zurück. Winzige Blutstropfen krollen aus der Hand meines Freundes. Na, Suko? Beim Armdrücken verloren? Du Schwein, warum kämpfst du nicht wie ein richtiger Mann? Weil ich keiner bin, du Genie! Ich bin ein Dämon! Und wenn die Vergangenheit eins bewiesen hat, dann, dass man sich auf keine langen Kämpfe mit dir einlassen sollte! Du befürchtest also, gegen mich zu verlieren? Im Moment überhaupt nicht! Und ich schätze, da bin ich nicht der Einzige. Sieh mal, wer extra für dich gekommen ist! Belfigur trat zur Seite und machte Platz für etwas unbeschreiblich Grauenhaftes. Ein schwarzes, in einen dunklen Umhang gehülltes Skelett näherte sich dem Gefäß. Und ein grinsender Totenschädel musterte mich mit rotglühenden Augen. Ich kannte den stechenden Blick nur zu gut. Er gehörte meinem Todfeind. Der schwarze Tod war gekommen. John Sinclair, jetzt gehörst du mir. Endlich bist du in meiner Gewalt. Na großartig, und jetzt? Ich werde an dir ein Exempel statuieren. Du wirst auf eine Reise ohne Wiederkehr geschickt. Dein Körper wird dort enden, wo die Seelen von Verbrechern und Mördern unaufhörlich leiden, bis in alle Ewigkeit. Du wirst eintauchen in das Reich des Spuks. Denn er ist der Hüter der verlorenen Seelen, auf das jeder Dämon zu jeder Zeit dich begaffen und bespucken kann. Wie angenehm! Du hast nur eine Chance, diesem Schicksal zu entrinnen. Jetzt bin ich aber gespannt. Du kannst vorher sterben. Ich nahm meinem Erzfeind jedes Wort ab. Er wollte mich nicht nur ausschalten. Er wollte jeden Widerstand in mir brechen. Der schwarze Tod wusste, dass ich immer noch auf Rettung hoffte und nicht aufgeben würde. Ein Martyrium des Schreckens stand mir bevor. Und ich hatte Angst. Verdammt große sogar. Belfigor, fang an. Mit Vergnügen. Belfigor hielt eine Pinzette in der rechten Hand. Zwischen den Zangen klemmte ein Tier. Eine Tarantel. Der Dämon zögerte keinen Augenblick und brachte das Insekt bis dicht über den Rand des Glasgefäßes. Mit einem bösen Lächeln schaute er auf mich nieder und öffnete die Zangen. Die Spinne fiel. Donnerstag, 22.14 Uhr in der Tiefgarage des Hilton Hotels Paris. Sie sind also Privatdetektivin? Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Aber ich habe es immer noch nicht verstanden, Madame. Warum rennen Sie durch Paris und schießen auf kleinwüchsige Menschen? Der Zwerg ist nicht kleinwüchsig. Er ist nur, wie soll ich sagen, er ist verwandelt. Verwandelt. Also gut, von mir aus, er ist kleinwüchsig. Und was haben Sie gegen Kleinwüchsige? Ich habe nichts gegen Kleinwüchsige, aber sehen Sie sich den Zwerg doch mal an. Er beißt. Genau, er beißt. Und davor hat er den Mann da mit einem Pfeil beschossen und mich angegriffen. Mhm, verstehe. Und Sie waren zufällig hier unten? Nein, ich wollte zu meinem Wagen. Wie sind Sie denn hier runtergekommen? Mit dem Aufzug. Mit dem Aufzug? Nein, ich, also, ja, ich... Sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich hier in Paris? Ich treffe mich mit einem Freund, hier im Hotel. Darf man erfahren, wer das ist? Ja, er heißt Zamora, Professor Zamora. Sie meinen den Spinner aus dem Loiretal? Ich meine den weltbekannten Parapsychologen. Das hat mir gerade noch gefehlt. Wieso, kennen Sie ihn? Ja, ich hatte schon mit ihm zu tun. Leider. Oh. Ja, oh. Also gut, Madame Collins, was soll ich jetzt mit Ihnen machen? Warten Sie, bis der Professor hier eintrifft. Er und John Sinclair... Sinclair? Hängen Sie mit dem etwa auch unter einer Decke? Von Zeit zu Zeit. Na, großartig. Ich habe meinen Kollegen Le Brac schon bedauert, weil er sich mit diesem Sinclair rumschlagen muss. Und jetzt trete ich genau in seine Fußstapfen. Wie ungerecht das Leben doch sein kann. Ich denke, wir fahren jetzt in mein Büro. Dort können Sie mir dann die ganze Geschichte erzählen. Aber was... Zamora kann nachkommen. Wir hinterlassen für ihn eine Nachricht an der Rezeption. Einverstanden? Und der Zwerg? Der wird erstmal ruhig gestellt und bei uns auf dem Revier versorgt. Also gut. Wenn Sie meinen, fahren wir zu Ihnen. Jane folgte Kommissar Fleuvi in den Einsatzwagen. Ein ungutes Gefühl beschlich sie. Fleuvi tat zwar nur seine Pflicht und schien trotz seiner trockenen Art ein ganz umgänglicher Mann zu sein. Aber die Untersuchung würde in jedem Fall Zeit in Anspruch nehmen. Zeit, die ihren Freunden möglicherweise das Leben kosten könnte. Die Spinne hatte sich mit ihren Beinen an der Glaswand festgehalten und suchte nun ihr Opfer. Ich stand völlig regungslos am Rand des Kolbens. Vielleicht reagierten ihre Facettenaugen nur auf Bewegung, sodass sie mich nicht sehen konnte, wenn ich ruhig dastand. Noch wartete das Insekt. Es erschien mir so groß wie eine Garage. Deutlich konnte ich die feinen Härchen erkennen, die auf dem Körper und den acht Beinen wuchsen. Sie zitterten, als würden sie von einem sanften Wind gekämmt. Und dann schoss ein Faden aus ihrem dicken Hinterleib. Der Faden war nur eine Armlänge von mir entfernt gegen das Glas geklatscht. Ich zog meinen silbernen Dolch. Er taugte nicht nur als magische Waffe, sondern auch als Messer. Der zweite Faden hatte meine Schulter getroffen und klebte fest. Ich vollführte mit dem rechten Arm eine Kreisbewegung, wollte den Faden mit einem Hieb kappen. Doch er war widerstandsfähig wie ein Gummischlauch. Der Faden zitterte, signalisierte der Tarantel, dass ich etwas verfangen hatte. Blitzkartig setzte sie sich in Bewegung. Ich ließ den Dolch fallen, zog die Beretta und richtete die Mündung auf die Augen des Insekts. Die Kugel hatte ein tiefes Loch in das rechte Facettenauge gerissen. Die Spinne tobte und ließ sich auf den Boden fallen. Schnell hob ich den Dolch wieder auf und säbelte den Faden durch. Doch da warf sich mir die Tarantel schon entgegen. In letzter Verzweiflung rollte ich zur Seite, hob meine Beretta und hielt genau auf den hässlichen Kopf des Ungeheuers. Die Kugeln hatten die Sehorgane des Tieres zerstört. Die Spinne verendete. Keuchend kam ich wieder auf die Beine, blickte durch das Glas in das amüsierte Gesicht Belfigors. Hervorragend, Sinclair, ganz wunderbar. Du kämpfst wirklich mit allen Mitteln darum, in das Reich des Spuks aufgenommen zu werden. Das werden wir noch sehen, Belfigor. Zu schade nur, dass du meine Lieblingsspinne getötet hast. Sie war mir wie ein Freund, weißt du. Aber zum Glück kann diese Tat geschült werden. Belfigor hob seine Hand und hielt sie dicht vor das Glas. Auf dem Handteller saß ein völlig verängstigter Mensch, Lebrac. Und jetzt zeige ich dir, was mit den Feinden Belfigors geschieht. Nein, nicht bitte! Lebrac schlug um sich, versuchte zu fliehen. Doch der Dämon war schneller, klemmte den Brustkorb des Inspektors zwischen Daumen und Zeigefinger und begann unbarmherzig zuzudrücken. Nein! Stopp, Belfigor! Hör auf! Hast du was gesagt, Geisterjäger? Es geht doch gar nicht um Lebrac. Los, nimm mich! Übe deine Rache an mir und nicht an einem Unschuldigen! Ah, was für eine noble Geste! Lass ihn laufen! Vielleicht tue ich das sogar. Aber zuerst musst du auf den Knien um sein Leben betteln! Verdammter Teufel! Kein Wart mehr! Oder Lebrac ist des Todes! Und jetzt auf die Knie, Schickler! Gut, Geisterjäger! Und nun bettle um sein Leben! Ich bitte dich, Belfigor! Verschone sein Leben! Nein, wir rühren! Lass ihn endlich runter! Es tut mir leid, Sinclair, aber irgendwie ist mir heute einfach danach... Nein, Belfigor! Nein! Donnerstag, 23.05 Uhr, Büro von Kommissar Fleuvet Madame Collins, ist Ihnen klar, dass ich die Geschichte, die Sie mir gerade erzählt haben, zu Protokoll nehmen muss? Ja. Nein, den Mist kann ich nicht zu Protokoll nehmen! Mein Chef würde mich zum Psychiater schicken! Ich habe Ihnen nur die Wahrheit erzählt. Die Wahrheit! Sie halten also daran fest, dass unschuldige Menschen aus einem Londoner Kino entführt wurden, durch die Leinwand wohlgemerkt und nun als hässliche Monster die ganze Welt erobern wollen? Nein, zunächst nur Paris. Das muss ein Traum sein. Bitte, mon Dieu, lass mich einfach nur wach werden. Wenn Sie mir nicht glauben, fragen Sie doch den Zwerg! Lieber nicht. Er hat schon drei meiner Mitarbeiter gebissen. Herein! Verzeihen Sie, Monsieur, ein kleiner Junge hat dieses Paket für Sie abgegeben. Von wem ist es? Das wissen wir nicht, es gibt keinen Absender. Habt ihr es durchleuchtet? Natürlich. Also gut, geben Sie her. Danke, Robert. Keine Ursache. Und? Was sagt die große Detektivin dazu? Ich würde es öffnen. Hm. Also gut. Und? Moment, ich kann ja nicht... Oh mein Gott. Fleu-Vee starrte in den Karton und wurde kalkweiß. Keuchend wankte er von dem Tisch zurück, rang um Fassung. Jane stand auf, blickte besorgt in das Innere der Lieferung und sah ihren grauenvollen Inhalt. Eingebettet in unzählige Styroporchips lag, nicht größer als ein Finger, die Leiche eines Mannes. Inspektor Le Brac. Und er war entsetzlich zugerichtet. Sein Oberkörper wies schreckliche Quetschungen auf, die Bauchdecke war aufgeplatzt und wie winzige rote Bindfäden quollen die Eingeweide aus dem Menschlein, in dessen regungslosen Augen noch der Schrecken, den er in den letzten Minuten seines Lebens durchgemacht hatte, zu lesen war. Allmächtiger. Das ist Le Brac. Das ist wirklich Le Brac. Der Kommissar sah Jane mit tiefer Verzweiflung an. Selbst für einen gestandenen Mann wie ihn war der Anblick des Toten zu viel gewesen. Seine Knie begann zu zittern und Schweiß sammelte sich auf seiner Stirn. An der Wand stützte er sich ab und holte mehrmals Tiefluft. Ich glaube, wir müssen alle umdenken. Das heißt, Sie glauben mir jetzt? Ja. Dann werden Sie verstehen, dass uns die Zeit davon rennt. Die Zeit, ja. Herr Kommissar, Le Brac ist zusammen mit meinen Freunden verschwunden. Wenn wir nicht schnell handeln, wird Sie das gleiche Schicksal ereilen. Ja, Sie, Sie haben recht. Ich muss mich nur mal sammeln. Le Brac war ein guter Freund von mir, wissen Sie? Natürlich. Was schlagen Sie vor? Wir müssen in den Louvre. Den geheimen Eingang zum Labor finden. Nun, wenn alles, was Sie mir erzählt haben, tatsächlich wahr ist, werden wir zwei alleine wenig ausrichten können. Wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung. Sie haben mich gerufen, Kommissar? Zamora! St. Clair, seit du so rumschmolzt, habe ich gar nichts mehr zu lachen. Fahr zur Hölle, Bellfigur! Oh, du bist ja richtig böse. Vielleicht war ich ein wenig grob zu dir. Als Beweis meines guten Willens lasse ich dich aus diesem hässlichen kleinen Gefäß. Was hältst du davon? Bellfigur umklammerte den Kolben und drehte ihn um. Hart wurde ich im Inneren umhergewirbelt, prallte von einer Glaswand zur anderen, bis ich schließlich durch den engen Hals nach draußen fiel. Na, tut die frische Luft nicht gut? Was soll der ganze Zirkus? Warum bringst du es nicht hinter dich? Weil es viel mehr Spaß macht, dich leiden zu sehen. Was für eine erbärmliche Kreatur du doch bist. Nicht doch, St. Clair. Spar dir deinen Hass für später auf. Ach ja? Warum sollte ich? Hm, deine Freundin ist in Paris. Da staunst du was? Aber mach dir keine Sorgen um sie. Meine Zwerge nehmen sich ihrer bereits an. Wenn du Jane auch nur ein Haar krümmst, bring ich dich um. Das würde mich aber wundern, St. Clair. Und selbst wenn ich es nicht schaffe, eines Tages wird dein Chef der Schwarze Tod deiner überdrüssig sein. Er ist nicht mein Chef. Niemals wird er zulassen, dass du Paris beherrschst. Und ob er das wird. Glaubst du? Diese Großzügigkeit kann er sich doch gar nicht leisten. Früher oder später wird er dich vertreiben und deine armselige Existenz auslöschen. Ja, er wird dich einfach verstoßen und... Sei endlich still! Ein gleißendes Licht schoss aus Belfigors Hand und raste auf mich zu. Ich hatte das Gefühl, von einem Orkan getroffen zu werden. Ein gewaltiger Stoß fegte mich von der Tischplatte. Ich wirbelte durch die Luft, glaubte von den tosenden Winden zerfetzt zu werden. Bis ich die Besinnung verlor. Den harten Aufschlag auf den dreckigen Laborboden spürte ich nicht mehr. Nicole Duval, die Assistentin und Lebensgefährtin von Professor Zamora, wankte zurück und presste die Hände gegen ihren Mund. Auch der Parapsychologe wandte seinen Blick angewidert zur Seite, als er die Leiche Le Brax sah. Der Schock traf die beiden ebenso hart wie zuvor Jane und den Kommissar. Das darf doch nicht wahr sein. Was sagen Sie dazu, Professor? Ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Also bei allem Respekt, ungewöhnlich finde ich etwas untertrieben. Nein, nein, ich meine die ganze Aktion. Die Mächte der Finsternis arbeiten normalerweise im Verborgenen. Belfigur scheint von einer Art Größenwahn überkommen zu sein. Und was schließen Sie daraus? Dass der Sturmbeik losbricht. Mhm. Die Sicherheit auf den Straßen von Paris dürfte wohl sehr bald zu wünschen übrig lassen. Sie meinen die Armee der Zwerge? Genau die. Dann müssen wir etwas unternehmen. Sie sprechen mir aus der Seele, Mr. Fleuvet. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir einen beißenden Hund zum Bellen bringen. Verstehe. Ich lasse den Zwerg herbringen. John! John, werd wach! John! Hörst du mich? Auf die Beine, Partner! Wir haben keine Zeit zu verlieren! Nicht so laut, Soko. John! Belfigur rechnet nicht damit, dass du schon wach bist. Das ist unsere Chance! Wo sind wir? In einem Waschbecken. Alleine kommt hier keiner von uns raus. Aber wenn du dich auf meine Schulter stellst, erreichen wir den Beckenrand. Ah ja, aber wie soll's dann weitergehen? Willst du von hier oben runterspringen? Jedenfalls will ich nicht hier warten, bis Belfigur zurückkommt. Stimmt. Komm, ich helf dir auf. Ach, Mann. Ich fühl mich wie ein Auto bei Independence Day. Geht's wieder? Es muss. Komm, lehn dich an die Wand. In Ordnung. Hier, steig auf meine Hände. Okay. Jetzt auf meine Schulter. Ja, bleib so. Jetzt. Ich hab's. Drück mich hoch. Okay, Soko. Das wäre geschafft. Kannst du von da oben was sehen? Ja. Unter uns liegt ein Aufnehmer. Das ist doch prima. Warte, bis du das Ding siehst. Los. Gib mir deine Hand. Ja, hier. Komm. Zieh dich hoch. Jetzt. In Ordnung. Wo ist der Aufnehmer? Da unten. Was hat man denn mit dem weggewischt? Darüber möchte ich gar nicht weiter nachdenken. Also gut. Wer springt zuerst? Das werden wir ja sehen. Verdammt. Belfigur kommt zurück. Dann komm. Auf drei. Eins, zwei, drei. Donnerstag, 23.37 Uhr. Büro von Kommissar Fleuwe. Hier, Monsieur. Ihr Verdächtiger. Der ist ja geknebelt. Es ging nicht anders. Bringen Sie ihn darüber zum Stuhl. Ich glaub nicht, dass er sich setzen wird. Lassen Sie nur. Ich werde ihn beruhigen. Bitte beeilen Sie sich. Der Zwerg hat Bärenkräfte. Professor Zamora griff mit beiden Händen hinter seinen Kopf, öffnete den Verschluss seiner Halskette und zog ein silbernes Amulett unter seinem Hemd hervor. Den seltsamen Talisman umgab eine grünlich fluoreszierende Aura. Und je näher der Parapsychologe dem kleinen Dämon kam, desto wärmer wurde das Metall. Der Zwerg beruhigte sich, starrte mit weit aufgerissenen Augen auf den Anhänger. Mann, wie haben Sie das denn geschafft? Es ist gut, Robert. Bitte gehen Sie wieder. Aber wenn der kleine Teufel wieder... Wir haben die Situation unter Kontrolle. Gehen Sie. Wie Sie meinen, Monsieur Kommissar. Dieses Amulett? Woher stammt es? Das weiß ich selbst nicht so ganz genau. Aber es besitzt besondere Kräfte. Für mich ist es so wichtig wie für John das Kreuz. Können Sie damit den Zwerg zum Reden bringen? Ich denke schon. Ich nehme ihm den Knebel ab. Seien Sie vorsichtig. Kannst du mich hören? Er wehrt sich. Gehen Sie näher ran. Ich befehle dir, mir zu antworten. Bitte, bitte, nimm es weg. Dann antworte. Ich darf nicht. Wenn dich mein Amulett berührt, stirbst du. Ist ja gut. Ich rede. Also, warum nicht gleich so? Wer ist dein Herr? Belfigur. Ist der immer noch unter dem Louvre? Ja. Wo genau? Im Labor. Ist John Sinclair bei ihm? Ja. Wie geht es ihm? Er lebt. Aber er und der Chinese sind kaum noch größer als ein Streichholz. Ist der auch so entstellt wie du? Nein. Als ich zum Zwerg wurde, war Belfigurs Macht noch nicht vollkommen. Erst seit kurzem kann er Menschen so perfekt verkleinern. Wozu? Was hat Belfigur vor? Das weiß ich nicht genau. Aber wenn er in der Lage ist, lebende Wesen in der subatomaren Welt verschwinden zu lassen, kann er auch andere Wesen daraus hervorholen. Wesen aus einer anderen Dimension? Ja. Schreckliche Ungeheuer. Paris ist nur der Anfang. Bald gehört die ganze Welt den Dämonen. Das ist unmöglich. Ja? Etwa so unmöglich wie ein Mensch, der zu einem Zwerg wird? Oder eine CD, die plötzlich in der Zeit rückwärts läuft? Das ist alles nur ein Trick. Du willst, dass wir aufgeben? Es wäre besser für euch. Die Zeit eurer Herrschaft ist vorbei. Belfigur und der Schwarze Tod werden erst zinkleer und dann euch zertreten wie elende Würmer. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Wie kommen wir in das Labor? Es gibt einen geheimen Eingang im Keller des Louvre, aber ihr werdet ihn nie finden. Er ist so gut versteckt. Was für ein Glück, dass wir dich haben, mein Kleiner. Los, steh auf. Was hast du vor? Wie wäre es mit einem kleinen Ausflug in den Louvre? Das ist das Beste, was ich seit langem gehört habe. Der verdreckte Stofflappen stank zwar entsetzlich nach Moder, hatte unseren Sturz aber verhältnismäßig sanft abgefangen. Nun standen wir auf dem Fußboden des Labors, blickten uns hastig um und suchten nach einem Versteck, während die Stimmen von draußen immer lauter wurden. Sie kommen näher. Da vorn. Unter dem Tisch liegt ein alter Plastikbecher. Gute Idee. Komm. Schnell, wir müssen ihn über uns kippen. Ja, fass mal an. Und? Ob wir hier drin sicher sind? Zumindest für den Moment. Pst, sie kommen. Rein da mit dir! Wie konnten ihr Jane Collins nur entkommen lassen? Sie ist ein guter Schütze. Mein Freund hat sie in die Schulter geschossen und... Warum hast du sie nicht alleine ausgeschaltet? Es tut mir leid. Sie hatte mich genau im Visier. Wenn ich nicht geflohen wäre, hätte sie mich getötet. Schade, dass sie es nicht getan hat. Dann hätte sie mir unnötige Arbeit erspart. Da seht ihr, was ich mit Versagern anstelle. Und so wird es jedem von euch ergehen, der... Meister! Sie sind weg! Wer ist weg? Sinke und Zuko! Wenn das wahr ist, dann... Sucht sie! Und zwar schnell! Oder ich will euch alle umbringen! Für Zuko und mich begann das große Zittern. Durch die weiße Plastikwand konnten wir nichts erkennen. Nur hin und wieder legten sich Schatten über den Becher. Und es wurde kurzzeitig dunkel in unserem Versteck. Jedes Mal schwitzten wir Blut und Wasser. Sie können noch nicht weit sein. Sucht alles ab. Oder jeder Einzelne von euch stirbt noch in dieser Stunde. Öffnet die Schränke! Schaut unter die Tische! Wir scharten zusammen. Damit waren wir so gut wie geliefert. Ich umklammerte mein Kreuz. Aber das war nichts weiter als eine schutzsuchende Bewegung. Plötzlich hörten wir die Schritte. Sehr laut. Sehr nah. Jetzt ist es aus, John. Zuko hatte den Satz kaum ausgesprochen, als sich der Rand des Bechers vom Boden hoch. Es wurde heller. Voller Angst schauten wir nach oben, sahen, wie unser Versteck hochgerissen wurde. Ein Gesicht erschien dahinter. Das hässliche Gesicht einer Zwergin. Es gehörte Schau. Schau! Nicht! Einige Sekunden lang geschah nichts. Schau hockte über uns, blickte abwechselnd auf mein Kreuz und Zuko. In ihrem Gesicht spiegelte sich nicht nur Hass, sondern auch Verwirrung wieder. Dann runzelte sie die Stirn, streckte ihre Hand aus. Ihr Finger glitt zu Zuko und... Sie streichelte ihn. Ja, mit ihrer Fingerkuppe strich sie vorsichtig über Zukos Wange. Schau. Oh, meine Schau. Es wird alles gut werden. Ich verspreche es. Da sind sie! Wir fuhren herum. Belphigo hatte uns entdeckt. Mit unbändigem Zaun schritt er auf uns zu, hob seinen Fuß. Jetzt werde ich euch zertreten wie zwei nutzlose Insekten. Warte, Belphigo! Nein! Dein Ende ist gekommen, Senkler! Nein! Wer zum... Zurück, Belphigo! Weg von dem Tisch! Zamora, wie bist du... Deine Zeit ist abgelaufen, Dämon! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Los, ihr Zerge! Packt sie! Mein Pfiffi, ich will kein Blut vergissen. Aber diese Bestien werden uns zerreißen. Das sind keine Bestien, das sind Menschen. Vertrauen Sie ihm! Zamora hob sein Amulett vor sich in die Luft und nahm eine starre Haltung ein. Er zitierte Bannsprüche in einer Sprache, die Flövé vorher noch nie gehört hatte. Das Amulett begann zu leuchten, tauchte das ganze Labor in ein gleißend helles Licht. Die Zerge stoppten. Einige sahen fasziniert auf das Amulett. Andere blickten hilfesuchend ihren schwarzen Meister an. Doch der wich langsam zurück in den hinteren Teil des Labors. Verdammt! Er will fliehen! Los, Zamora! Wir müssen ihm hinterher! Der Professor schritt vor, trieb mit seinem Amulett die Zwerge auseinander und öffnete so eine Gasse. Belfigur konnte nicht glauben, dass er tatsächlich in Bedrängnis kam. Er, der alles so genau geplant hatte, musste nun in seinem Reich, in seinem Labor vor den Mächten des Lichts zurückweichen. Mit einer Mischung aus Wut und Verblüffung suchte er nach einem Ausweg und griff blitzartig unter den Tisch. Eine falsche Bewegung! Und der Geisterjäger stirbt! Lass ihn los! Schnauze! Ich stelle hier die Bedingungen! Nein, Zamora! Du darfst nicht! Los! Runter mit dem Amulett! Oder ich drück zu! Nein! Soll ich ihm erst einen Arm abreißen, damit du siehst, wie ernst es mir ist? Er darf nicht entkommen, Zamora! Das Amulett weg! Sofort! Nein, Zamora! Er darf nicht gewinnen! Bist du verrückt? Ich habe deinen Freund in der Hand und du ziehst deine... Ich weiß, was du vorhast. Und das lasse ich nicht zu! Bleib stehen! Du bist ja irre! Runter mit der Waffe! Jane hatte genau gezielt. Die Kugel bohrte sich in die linke Schulter des Dämons, der reflexartig seine Hand öffnete und mich fallen ließ. Ich wirbelte durch die Luft, wusste, dass ein Sturz aus dieser Höhe für mich tödlich enden würde. Etwas hatte mich gepackt. Meinen Todessturz gebremst. Verwirrt schaute ich mich um und sah in das faltige Gesicht Schaos. Und jetzt mache ich dich fertig, du Mistkerl! Nein! Zamora! Das Amulett! Die silbernen Kugeln konnten Belfigur zwar nicht töten, aber ihre Wucht riss ihn nach hinten. Zamora setzte mit seinem Amulett nach, brachte den Dämon dazu, rückwärts zu taumeln, genau auf die drei sternförmig angeordneten Tische zu. Der Dämon verlor sein Gleichgewicht, stürzte über die erste Bahre und blieb keuchend darauf liegen. Setz die Maschine in Bewegung! Nicht doch! Los! Kaum dass Schau den Befehl gegeben hatte, umfassten plötzlich unzählige kleine Finger den geschwächten Belfigur und zerrten ihn in die richtige Position, während eine der Glaskuppeln genau auf ihn zuschwebte. Nein! Lasst mich! Ihr müsst mir gehorchen, ihr verdammt! Dann geschah das Unfassbare. Belfigur schrumpfte. Seine Macht, die so viel Unheil über die Menschen bringen sollte, verdrehte sich nun ins Gegenteil. Im gleichen Maße, wie der Dämon einging, wuchsen die Zwerge wieder an. Auch John Sinclair und Succo wurden größer. Und das Gebrüll des Hexers von Paris, das noch vor wenigen Sekunden die Wände in dem Labor hatte erzittern lassen, wurde immer schwächer, immer leiser. Sinclair! Belfigur durchbrach die Dimensionen, tauchte ein in die Unendlichkeit des Mikrokosmos und verschwand dort für alle Zeiten. Mit dem Erlöschen seiner Macht hörte auch seine teuflische Maschine aufzuarbeiten. Der Albtraum war vorüber. Noch in derselben Nacht wurde das Labor von der französischen Polizei untersucht. Außer einigen seltsamen Tinkturen und scheinbar nutzlosen Apparaten fand man aber nichts Besonderes. Die Gewölbe wurden zugesperrt und sollten erst später, viel später wieder geöffnet werden. Ich war erleichtert. Nicht nur, dass wir einen schrecklichen Plan der Hölle hatten vereiteln können, wir hatten auch hunderten von Unschuldigen das Leben gerettet. Am folgenden Abend lud Professor Zamora, Succo, Jane, Fleuvet und mich auf sein Schloss ein. Wir tranken, lachten. Trotzdem war unsere Stimmung nicht ausgelassen. Es fehlte eine Person in unserer Runde. Maurice Lebrac. Obwohl sein Tod gerecht worden war, stand der sinnlose Mord an dem Inspektor wie ein unsichtbares Mahnmal im Raum. Das Böse würde wieder zuschlagen. Und ich würde es wieder bekämpfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017